Ich bin auch ein bisschen nervös, Alter. Ist denn meine Haare echt da nicht? Meine Haare. Na gut, ich mag jetzt euch. Wenn ich mir erzähle, sie schützt ja auch noch drauf. Ah, FB zufrieden mit Meierfurt. Weiß, die Mama hat mich gezwungen. Ne, meine Mama hasst es, dass ich Zimmerer bin, wenn ich ganz ehrlich bin. Macht sich halt jetzt um mich Sorgen. Um Zimmerer zu sein, ist so geil, weil... Weiß ich auch nicht. Ja, ähm... Weil, ja, dass man die Frauen von oben anschauen kann. Zum Beispiel gerade im Sommer. Da sieht man dann ziemlich mal vom... Also wenn man Edeka-Dach macht, von oben dann... Ziemlich große Ausschnitte oder so. Also das ist dann ganz geil, ja. Und ich sag einmal, deswegen sind wir auch auf dem Bau eher der Aristokrat. Weil wir kennen uns überall aus. Und... Ähm... Ja... Eigentlich kann man sagen, ist der Zimmerer eigentlich die Elite auf dem Bau. Der Zimmerer-Treff ist so toll, weil... Ähm... Die die Hersteller ausstehen. Neue Materialien... So, ja... Wurde es doch jetzt gekauft, oder? Kommen noch mehr Fragen? Hast du noch mehr gewusst? Ja... 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 Das ist ja... Senkt Bye... Vielen Dank.